Hallo, herzlich willkommen beim Supertalent. Wer bist du denn? Ich bin die Nela. Ja und heute bin ich da. Cool, dann freuen wir uns. Ich auch, danke. Mein Talent ist DJing. Also hoffentlich ist das mein Talent, das weiß ich noch nicht. Das habe ich nicht so oft auf die Bühne gebracht. Eigentlich nie. Also ich habe einen Remix vorbereitet vom Modern Talking. Und da wird es schon fette Party sein. Ich komme aus Moldawien und Dieter Bohlen war auch irgendwas, was ich einfach im Radio gehört habe. Und ich finde, das ist schon geil. Das muss man ausschneiden. Das hat sich viel zu Porno angehört. Hallo. Wir mussten gar nicht so lange suchen, nur ungefähr ein Jahrzehnt, bis wir endlich eine Kandidatin gefunden haben, die sich total auf Dieter Bohlen freut, richtig? Oh, immer, ja. Aber warum freust du dich denn so, den Dieter zu sehen heute? Also ich glaube, er ist ein richtiges Superstar und ein supertalent. Der ist alles. Also er ist gerade hier richtig bei euch. Ja, der bewirbt sich seit Jahren und kommt immer weiter. Gut, dann viel Spaß mit dem Dieter. Danke. Du weißt schon, dass er dir aber auch ein ehrliches Urteil geben wird wahrscheinlich, ne? Ja, das hoffe ich. Also ich würde schon sagen, der Wester muss dastehen und der, der das nicht kann, muss nach Hause fahren. Genau, deswegen fahre ich jetzt nach Hause, ne? Ciao! Ich habe Spaß dabei, das ist am wichtigsten. Und wenn irgendjemandem das nicht gefällt, der kann gerne nach Hause gehen, bisschen weinen. Jetzt weiß ich warum. Hallo, dein Name ist? Ich heiße Mila, hallo. Hallo. Wie alt bist du? Ähm, muss man da sagen? Nein. Wie alt bist du? Ich bin 30. 30 ist doch ein schönes Alter. Vielleicht. Da geht es richtig los. Ab 30. Ja. Du bist keine Deutsche, oder? Nee, ich komme aus Moldawien. Ich lebe in München seit drei Jahren. Wo lebe ich seit drei Jahren? In München. Ja. Ich studiere auch dort. Was studierst du? Bewey, wie du. Ich studiere nicht mehr. Das ist 30 Jahre her. Dieter, irgendwann bist du fertig. Aber was machst du heute Abend für uns hier? Ich habe ein Remix von Modern Talking vorbereitet. Ach du Scheiße. Juhu. Einen Song hast du ein bisschen rumgefummelt? Ähm, ja. Ich mache das hier. Du machst das hier? Ja. Welchen Titel machst du? Louis Louis. Bravo Louis. Okay. Alles klar. Danke. Okay. Okay. Ready? Das Talent ist also, dass sie uns jetzt eine CD angemacht hat oder was? Those higher things. Don't let them steal your heart. It's easy. Easy. Good. This game can't last forever. Why? We cannot live together dry. Don't let it take your love from today. Woooo! Musik Auf den ersten Blick würde ich sagen, die Katzenberger hat ein bisschen abgenommen, aber ich glaube, das ist sie vielleicht doch nicht. Musik 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 Musik